Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, meine Freunde des gepflegten Klemmbau Steinbaus. Des öfteren haben wir ja schon auf diesem Kanal über Playtif Clippies oder eben auch Kidland Clickplay Go Sets gesprochen. Ein Set, das ich von den Clippies so noch nicht gekannt habe, aber von Kidland Clickplay Go gefunden habe, ist dieses 3 in 1 Sets für Fahrzeuge. Das gibt es zwar jetzt auch bei Playtif, aber in der Anfangszeit von Playtif hatte ich das dort noch nicht gesehen. Und ich habe in den Kommentaren unter einem anderen Kidland Video mit einem Zuschauer geschrieben und der hatte massive Probleme mit der Teilequalität. Und wie gesagt, sowas kenne ich von Kidland oder auch Playtif überhaupt gar nicht. Aber ob ich einfach sehr viel Glück hatte oder eher sehr viel Pech, können wir nur herausfinden, indem wir uns einfach noch das ein oder andere Kidland oder eben auch Playtif Set anschauen. Und dementsprechend möchte ich gerne mit euch dieses 3 in 1 Sets zusammenbauen. Eigentlich hätte ich das privat gebaut und nicht unbedingt ein Video draus gemacht, aber ich denke auch hier können wir richtig gut drüber reden. Das Set hat 290 Teile und wir können das in dieses Fahrzeug mit einem Camper bauen, in ein Wohnmobil und in einen Truck. Das Ganze ist natürlich von Kaufland, ihr kennt das. Und auch die Rückseite ist altbekannt. Dementsprechend würde ich sagen, ich mache das Ganze mal auf und wir schauen uns zusammen die Teiletüten und die Anleitung an. Die Box war wieder komplett mit Stein und eben auch der Anleitung gefüllt. Das heißt, man kauft hier wieder keine Luftnummer. Finde ich schon mal sehr gut. Über die Teilequalität und was sich hier so in den Tüten verbirgt, reden wir wie immer während des Baus. Und dann haben wir hier die Anleitung. Für 300 Teile ist die relativ dick, aber es sind ja auch drei verschiedene Varianten da drin zu bauen. Das Ganze ist in so einer Heftform und die Papierqualität ist wieder richtig, richtig gut. Genauso wie die inneren Drucke, die wir dort finden. Wir sehen auch, wir haben zwei Steintüten für das Fahrzeug und eine dritte Tüte, wo die Figur und diese bedruckte Plate drin ist. Beziehungsweise haben wir natürlich mehrere Tüten, aber diese sind wieder mit einer Eins oder Zwei, je nachdem, beschriftet. Insgesamt hat die Anleitung 77 Seiten, auf denen gebaut wird. Als letztes ist der Kipplaster dran. In der Mitte haben wir das Wohnmobil und diese Variante, wie sie eben auch auf der Box vorn drauf ist, das Fahrzeug mit dem Camper, ist als erstes in der Anleitung. Und am Ende finden wir noch die Teileliste. Ihr könnt euch wie immer das Video an der Stelle anhalten, wenn euch das Ganze interessiert. Und die Rückseite ist sehr unspektakulär, das kennen wir ja schon. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Set, vor allem natürlich jetzt auf die Teilequalität und dementsprechend fange ich jetzt an zu bauen. Und wir sehen uns dann gleich nach dem ersten Bauabschnitt zum Fahrzeug mit Camper wieder. Und das erste Mal sehen wir uns schon wieder nach 33 Bauschritten und ich kann wirklich nur an die alten Erfahrungen anknüpfen. Hier ist es bisher eine richtig gute Steinequalität. Wir haben zwar mal Steine, die könnten ein bisschen glänziger sein und wirken eher ein bisschen abgegriffen. Und auch in den Scheiben haben wir mal leichte Kratzer, aber das ist alles nichts Extremes. Von den Fehlern, die der liebe Dr. Nasenbär unten in den Kommentaren ausführlich reingeschrieben hat, habe ich bisher noch keine gefunden. Trotzdem glaube ich ihm natürlich, dass er da Probleme hatte, aber ich gehe jetzt wirklich davon aus, er hatte da eine Ausnahme erwischt und wirklich Pech mit der Qualität. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es im weiteren Bauverlauf noch viel schlechter wird. Bisher haben wir gebaut so einen schönen kleinen Gaskocher, finde ich ganz putzig. Dann, ich gehe mal davon aus, dass das ein Grill sein soll, finde ich auch putzig als Zubehör. Und so eine kleine Bank fürs Camping. Mit einer schönen Kaffeetasse, finde ich sehr cool als Zubehör. Und dann natürlich den Camper. Die Anhängerkupplung ist ein Kugelgelenk. Hier haben wir noch ein paar schöne Details reingearbeitet. So eine Markise haben wir. Auch die Räder drehen sich hier top mit. Und wir können bei dem Camper das Dach abnehmen, das ist nur auf diesen zwei Noppen hier befestigt. Und können dann das Innere bespielen. Die Spielbreite ist natürlich nicht sehr groß, logischerweise bei 200 Teilen. Und die Inneneinrichtung könnte ein bisschen üppiger sein. Also da ist nicht sehr viel drin los. Aber da kann man ja auch selber noch ein bisschen kreativ werden. Das Dach können wir natürlich auch wieder draufstecken. Das ist überhaupt kein Problem. Optisch finde ich den Camper bis auf diese Stelle auch sehr gelungen. Ich finde nur diesen Übergang zwischen den Scheiben nicht schön. Und diese Scheiben sind ein wenig milchiger als diese Scheiben. Das verstärkt natürlich für das Auge noch diesen Übergang. Ansonsten könnt ihr ihn auch gerne mal noch von den anderen Seiten anschauen. Da ist doch relativ unspektakulär. Aber vielmehr erwartet man ja auch nicht bei 200 Teilen. Und das reicht für so eine kleine City-Spielwelt. Was noch interessant war, ist die Tür. Das ist nämlich ein großes Formteil bis hierher. Man kann die Tür natürlich dann auch öffnen. Schön ist, die Tür bleibt auch so stehen, wie man das möchte. Und schaukelt dann nicht rum. Und die hat mich so ein bisschen an dieses Jeep-Modell erinnert, was ich hier schon mal vorgestellt habe. Das ist eine sehr ähnliche Herangehensweise. Wir haben hier zwar einen sehr unschönen Angusspunkt an dem Formteil, aber sonst ist das qualitativ auch in Ordnung. Die Klemmkraft bei dem Set ist sehr hoch und auch ein Stückchen höher als Lego. Aber trotzdem sollte zumindest bisher jedes Kind damit gut klarkommen. Hier sind auch keine wilden oder komischen Bautechniken dabei. Ich baue das Ganze jetzt auf jeden Fall mal zu Ende und wir sehen uns gleich mit dem Fahrzeug wieder. Und da haben wir auch schon das Fahrzeug zum Camper und können hier so schön rumkurven. Dadurch, dass das ein Kugelgelenk ist, funktioniert das auch richtig, richtig gut beim Wenden. Das ist eine sehr einfache Lösung zum Verbinden, aber eben auch eine sehr effektive. Das Fahrzeug ist jetzt natürlich keine Schönheit, aber es reicht vollkommen für ein City-Spielerlebnis. Und bei der Teileanzahl erwartet man auch gar nicht viel mehr. Schön ist, wir haben Türen, die kann man öffnen. Ist schon mal ein großer Pluspunkt, aber Richtung City habe ich hier auch noch einen Minuspunkt. Denn wir können zwar das Ganze oben öffnen und auch Figuren reinsetzen, aber da fällt schon auf, hier hat sich Kidland was abgeguckt von Lego, was ich gar nicht schön finde, denn wir haben keine wirklichen Sitze drin. Und auch hier ist die Inneneinrichtung doch sehr spärlich. Also das finde ich wirklich sehr schade, dass jetzt auch hier schon Sitze weggespart werden. Wie gesagt, sonst finde ich das Ganze zum Bespielen richtig, richtig gut. Das Rumfahren damit macht Spaß, man kann Figuren reinsetzen. Das hat alles, was es zum Spielen braucht. Und in der dritten Tüte haben wir ja noch den altbekannten bedruckten Stein mit der Figur. Der Druck der Figur ist richtig gut. Wir haben hier auch keine Stressmarken oder irgendwelche beschädigten Teile. Wie gesagt, da hatte der liebe Dr. Nasenbär wahrscheinlich wirklich Pech. Natürlich muss man sich an das Figurdesign von Kidland und Playtiff sehr gewöhnen, aber für das, was sie darstellen, finde ich sie richtig gelungen. Es ist ein schöner Druck, sie ist auf der Brust und auf dem Rücken bedruckt und man kann damit auch sehr gut spielen. Die Arme und Beine sind beweglich, drohen nicht abzufallen. Man kann den Kopf drehen. Also hier ist alles dabei, was es zum Spielen braucht. Also zum Preis von 15 bis 16 Euro, wie diese Sets hier gehandelt werden, wäre schon das allein eine dicke Kaufempfehlung von mir. Aber es sind ja auch noch zwei andere Varianten da und die möchte ich natürlich auch bauen und deshalb sehen wir uns gleich mit dem normalen Campingwagen wieder. Und damit ist auch das Wohnmobil fertig. Schon mal sorry an euren inneren Monk, aber mit dieser Ansicht möchte ich euch einfach mal zeigen, wie viele Teile überhaupt nicht in dem Wohnmobil verbaut worden sind und vor allen Dingen auch sehr große Teile, die hier keinen Platz drin gefunden haben, ist schon wirklich bemerkenswert. Also mindestens ein Drittel der Teile ist im Wohnmobil gar nicht verbaut. Und ich halte es auch jetzt beim Wohnmobil hier sehr kurz. Das ist für mich eine Variante, die ich nicht gebraucht hätte und die mir auch nicht wirklich gefallen hat. Ich finde sie von außen unsagbar hässlich. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde mir das nicht in eine City-Stadt stellen und ich glaube, hier reicht nicht mal die Fantasie eines Kindes, um ein schönes Wohnmobil draus zu machen. Die Türen zum Öffnen haben wir immer noch, das rettet das Ganze aber leider nicht und auch der Zugang hin ähnelt eher einem Gefängnistransporter als einem Wohnmobil. Wir können hier wieder das Dach hochklappen. Auch hier gilt wieder relativ wenig Einrichtung und hier hat man ja mal gar keinen Platz zum Spielen. Also ich weiß nicht, wie man da sinnvoll mit einer Figur drin spielen soll. Und so bietet das Mobil für mich überhaupt keinen Mehrwert. Bei so einem City-Set reicht es mir nicht aus, dass es nur rollt. Und dementsprechend, wie gesagt, eine Variante, die mir nichts gibt. Es sind viel zu viele Teile nicht genutzt und die Teile, die genutzt wurden, wurden meines Erachtens nicht wirklich gut genutzt. Eine Ausnahme davon sind diese Stühle. Finde ich ist eine sehr kreative Verwendung von den Kotflügeln und dann haben wir noch so einen kleinen Glastisch. Aber wie gesagt, ich hätte das Wohnmobil nicht gebraucht und baue jetzt noch den Kipplaster und hoffe natürlich, dass diese dritte Variante gut ist. Und fertig ist auch schon der Kipplaster. Ob dieser die Ehre von dem Set noch retten konnte, darüber reden wir gleich. Davor aber noch ein kleiner allgemeiner Hinweis. Die Klemmkraft von den Steinen ist wirklich gut, aber wie gesagt ein bisschen stärker als die von Lego. Deshalb, gerade wenn ihr das eure Kinder bauen lasst, solltet ihr denen beim Auseinanderbauen der Sets auf jeden Fall helfen. Denn da gibt es die eine oder andere Stelle, die knifflig ist, um die Steinchen wieder auseinander zu bekommen. Ich habe dafür den beigelegten Teile-Trenner genommen. Der hat auch ziemlich gut funktioniert, aber man sieht es schon, der ist nach zweimal Auseinanderbauen wirklich von der Spitze schon fast fertig. Den müsste man nochmal behandeln, dass man den weiternehmen kann. Trotzdem war es möglich, die Sets nur mit dem Teil auseinanderzunehmen. Auch wenn ich eine kleine Kampfverletzung davon getragen habe, aber dafür kann der Teile-Trenner und auch das Set nichts, das war eigene Unachtsamkeit. Aber wie gesagt, helft da euren Kids wirklich, sonst könnten die am Auseinanderbauen verzweifeln. Ansonsten, wie gesagt, der Kipplaster ist fertig und vom Aussehen passt der auf jeden Fall in so eine City-Welt rein. Der ist nicht so hässlich geworden wie das Wohnmobil. Die Hauptfunktion ist natürlich, dass wir hier hinten die Ladefläche aufkippen können und dann können wir auch bei der Ladefläche noch die Klappe öffnen, sodass man eben das Auskippen spielen kann. Das funktioniert wirklich hervorragend. Es ist eine einfache Funktion, aber damit lässt es sich richtig gut spielen. Dann können wir natürlich vorn wieder das Dach abnehmen. Das Führerhäuschen ist wieder sehr spärlich eingerichtet, aber mehr Platz wäre auch nicht gewesen. Wir haben ein Lenkrad, einen Schalthebel, eine Tasse Kaffee und diesen Werkzeugkasten. Ich würde persönlich dort auf jeden Fall einen Sitz reinbauen. Also dieses Truck ist auf jeden Fall eine gute und spaßige Variante. Wenn ich das Ganze jetzt gliedern müsste, wäre das Top-Set auf jeden Fall das, was wir als erstes gebaut haben und zwar das Auto mit dem Trailer. Als zweites kommt diese Variante und die dritte Variante würde ich an eurer Stelle auf jeden Fall weglassen. Da habt ihr keinen großen Spaß. Wenn das ein Ein- und Zwei-Set gewesen wäre, nur mit dem Auto, mit Trailer und mit dem Truck, hätten sie sich, glaube ich, einen größeren Gefallen getan. Das Einzige, was mich so ein bisschen am Truck stört, ist, wie auch schon beim Wohnmobil, wir haben unglaublich viele Teile, die wir gar nicht benutzen. Und ich bin persönlich ein Fan davon, dass bei solchen 3-in-1-Sets so viele wie mögliche Teile auch in den anderen Varianten genutzt werden. Dass natürlich mal kleinere Teile nicht unbedingt gebraucht werden, ist kein Problem. Aber wir haben im Auto mit Wohnmobil insgesamt vier von diesen Scheiben hier verbaut. Und in beiden anderen Varianten sind drei davon nutzlos über. Das, finde ich, geht so ein bisschen am Sinn eines 3-in-1-Sets vorbei. Bei allen Varianten dürft ihr natürlich nicht die Figur vergessen. Die haben wir auch noch. Und wenn wir das Wohnmobil weglassen, ist das auf jeden Fall ein richtig gutes 3-in-1-Set, mit dem man viel Spaß haben kann. Es gab natürlich auch kleinere Kritikpunkte, über die haben wir gesprochen. Aber auf jeden Fall ist das trotzdem ein Set mit sehr viel Spielwert und Spielspaß. Natürlich werde ich in Zukunft trotzdem weiterhin darauf achten, ob sich die Teilequalität von Playtif oder Kittland in irgendeiner Art und Weise verschlechtert. Das habe ich bei diesem Set noch nicht so gesehen. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn ihr selber schon mal ein Kittland- oder Playtif-Set hattet, wo sich die Qualität massiv verschlechtert hat oder schlechter war, schreibt mir auch gerne eure Erfahrungen damit in die Kommentare. Damit könnt ihr die ganze Community auch über Gefahren aufklären. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick. Euer Valleybrick. Euer Valleybrick. Euer Valleybrick. Euer Valleybrick. Euer Valleybrick. Euer Valleybrick.